Ich habe im Internet recherchiert. Es gab ja die zwei Möglichkeiten, entweder nach Ungarn oder nach Bulgarien. Ich habe mich aber für hier, für Denta Prime, entschieden, weil die Resonanz noch positiver war. Ich sage mal so, es war alles perfekt. Ich meine, ich gebe zwar nicht immer so gute Noten ab, aber es war alles perfekt. Auch die ganzen Behandlungen. Ich hatte keine Schmerzen, gar nichts. Ich habe keine Schmerztabletten gebraucht. Es war alles perfekt. Ich habe noch nie so eine Klinik gesehen. Es ist so modern. In Deutschland sind die Kliniken wohl auch modern, aber hier ist alles auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, perfekt. Also Vertrauen haben sie sofort gewonnen. Ich bin ja in Deutschland nie zum Zahnarzt gegangen. Wie gesagt, alle zuvorkommend und auch mit Dämmerschlaf, keine Schmerzen gehabt, war alles perfekt. Also man hat jetzt wieder ein größeres Selbstwertgefühl. Man kann wieder lächeln. Vorher hat man sich ein bisschen zurückgehalten, weil die Aussprache war dann auch nicht so gut. Und ja, jetzt ist alles gut. Wie gesagt, sehr gut, alles perfekt. Ja, ich kann nichts Nachteiliges sagen.